Edin Terzic sorgte mit seinem ersten TV-Auftritt nach der Champions-League-Niederlage von Borussia Dortmund gegen Real Madrid, 2 zu 5, für Aufsicht. Der ehemalige Trainer analysierte im Amazon Prime-Format die Leistung seines Ex-Teams und betonte, dass die Kontrolle des Spiels durch Ballbesitz entscheidend sei, was in der zweiten Halbzeit nicht gelang. Diese Aussagen stießen im Verein auf wenig Begeisterung und führten zu Irritationen. Interessanterweise hatte Terzic während seiner Trängerzeit, von 2022 bis 2024, Medienauftritte gemieden und kritisierte oft negative Berichterstattung. Doch nun sprach er offen über die Schwächen der Dortmunder Abwehr. Die Niederlage war Dortmunds erste in der laufenden Champions-League-Saison, während das Team von Trainer Nuri Sahin nun gegen den FC Augsburg, Samstag, 15.30 Uhr, in der Bundesliga antreten wird. Am 5. November folgt das nächste Spiel gegen Sturm Graz. Terzic hatte im Sommer nach zwei Jahren beim BVB seinen Posten verlassen, nachdem er das Champions-League-Finale gegen Real Madrid verloren hatte. Es wird spekuliert, ob er bald einen neuen Trainerjob annehmen könnte.